Enter Profile Name! Ichida! A HAHAHAHA! Sehr schön erklärt! AHAH HAHAHA! Ich bin... AHAH! Was das hier? ...die texturlose Schachtel? Das steht! O, das Brief! Ahem, ehem, 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 dear sir, we would like to ask you to bluhhhh. Ha 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 ha. Mach mal Licht an, bitte. Ich will mich nicht erschrecken jetzt von meiner Fresse. Okay, pass auf. Oh Gott. Und, go! Ach du Scheiße. Oh Gott, ich bin unscharf. Ich bin hässlich. Wann bin ich unscharf? War wohl schon bisschen älter? Guck mal da, der Schweinebärmann. Was ist der da? Ja, das ist mal der Hässlund. Das Schlassnummer fände ich sehr unbequem. Oh Gott, ey, wer da jetzt mal rausgesprungen? Das wäre, glaub ich, schon Feierabend gewesen. Pass auf, jetzt. Alter! Alter! Ei, ei, ei. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Fuck, Alter! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Keine Ansage, du Honk. Fuck you. Fuck, yes, you. Ha 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 ha. Was? The fuck? Die war doch noch offen. Es kann nicht sein, dass wir am ersten Rätsel verkacken, Mann. Der Stuhl ist so rückseitig. Ich will nicht wissen, was noch kommt. Nee. Ich weiß nicht, ob uns tatsächlich irgendwie ein Zettel fehlt, oder ob wir wirklich den Sinn grad nicht verstehen. Ich glaube, Zettel fehlt uns nicht, weil ich bin hier schon so oft rumgelaufen. Ja, siehste? Dann was ist passiert, auf jeden Fall, ich hab nämlich... Äh! Das sieht entspannt aus hier drin. G-A-M-Ä-Z... Mann, 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 das ist hier ein rumgehambelt... Sitz da einer? Oh, fuck, da sitzt einer! Da sitzt einer! Nein, nein, nein... Hingehen oder nicht hingehen. Hörber aber keinen Hinweis. Scheiße, stimmt. Wie hieß er? Bobby. Bobby? Bobby? Ich krepp... Piss mich nicht, was ich gleich. Pass auf. Ich geh... Ich geh hin. Okay. Drei, zwei, eins, jetzt. Bewegt er sich? Aber das war ne Scheiße, dir jetzt dahin zu gucken. Bobby? Ich hab keinen Hinweis, sagtest du? Ich find das Lachen voll anstrengend. Vielleicht haben wir bei der Escape irgendwas versaut, weißt du? Guck mal, jetzt hab ich... Ah, okay, jetzt hab ich die Tür wieder. Das heißt, wir können hier fliehen. Wow. Das hat... Alter, ne? Was? Die haben mich ins Hauptmenü geworfen. So, just keep me safe. Oh, Gott. Die Türen, die ich habe, um zu enden. Ich höre immer noch das Schrauben in meinem Kopf. Von vorne. Vielleicht ist die Tür, die war doch auch abgeschlossen hier, oder nicht? Ja. Oh mein Gott. So, jetzt geht das Spiel los. Mich würde mal interessieren, ob ich jetzt auch wieder raus darf, oder ob ich hier... Ah, guck. Oh. Was? Was? Ich bin scheuert, ne, ne? Das war vorhin... Na. Oh. 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 Just... Oh. 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 Josef ist da. Mann. Obst du auch ne Pflaume? Obst du auch ne Pflaume? Das auch. Ja. Nein. Höh. Okay. Domino. Oh. Alter Mann. Ey. Fuck you. Ich wollte gerade noch einen Witz bringen, ne? So von wegen, was sich der Künstler denn dabei gedacht hätte. Und auf einmal ist mir der Witz im Hals stecken geblieben. Oh. Ah. Ah. Fuck you. Scheiße. Mann ey. Was guckt der denn auf einmal so? Mann Alter, was macht denn diese... Nein. Ich wusste es, als er sich umgedreht hat. Ich wusste es auch, ich wollte, ich wollte nach hinten gehen und konnte nicht. Und dann wusste ich schon, scheiße, da steht was hinter mir. Muss ich jetzt wieder raus, hole ich mir jetzt einfach überall einen Schockmoment ab und muss dann wieder durch die nächste Tür, oder was? Das ist das Spiel. Oh. Ich glaube, der Käse ist schlecht. Tintenherz. Wir meinen, was... Was lebt. Oh. Ich will nicht, dass das lebend wird. Das ist Obst, man. Kann nicht leben. Ja. Oh, shit. Das ist viel Gemüse. Gammelt. Hör dich doch. Was ist denn das hier für eine scheiß Klappe, Mann, das die ganze Zeit auf uns zu geht, ey. Ein helles Stück. Erstens. Ich schaute ein Kanvas. Nicht nur irgendwelche Kanvas. Das ist Harry Potters Stirn. Ich versuche gerade, so ein bisschen die Puzzleteile hier zusammenzusetzen, aber ich weiß einfach nicht, was zusammengehört. Was ist denn das für Geräusch? Was ist denn das für Geräusch? Ja. Hör rein. Bitte nicht, ich habe nichts an. Glaube ich. Hm, reicht. Das war vielleicht eine dumme Idee. What the fuck? What the fuck? Lass mich raus hier. Fuck. Ich bin zu dumm dazu. Das ist ja dumm. Ich bin zu dumm dazu. I can. Bis zum nächsten Mal.